Was war das für eine Geschichte mit diesem Sigimaurer-Prozess? Was war da jetzt genau? Da war der Sigimaurer, der ist gegangen und irgendeiner hat den angeschrieben und hat geglaubt, dass das eine Frau ist und auf das herauf war der Tampess. Aber gut, ich meine, der schaut halt ein bisschen wie eine Frau aus. Der schaut halt ein bisschen aus wie eine Frau, was ein bisschen wie ein Mann aussieht. Oder was? Der schaut ein bisschen aus wie eine Frau, was ein bisschen wie ein Bub aussieht. Oder was?